so heil ich habe noch eine kleine mod vorstellung und zwar einmal das mod hat der beta ja ist eine scheibenegge kein grubber ja eigentlich ein ganz cooles gerät sind die scheiben halt sehr cool wagelt nur ein bisschen was mir schon als erstes aufgefallen ist hier oben das arbeitsposition und transportstellung ist glaube verwechselt weil so ist unten und so kann ich nicht grubbern das geht ja nicht und so sieht es dann schon ein bisschen besser aus aber ist ja noch beta werden wir uns den mal im einsatz anschauen ist schon sehr cool machen entscheiden der gefällt mir echt gut darüber so ich bin groß und ganz in der gruppe ganz cool jetzt mal im shop an so ich mir so ankommen also der kategorie gruppe natürlich zu finden ja das ist ein mann damm thal ja irgendwas auf jeden fall braucht 130 ps kostet 7 euro am tag drei meter ab 14 km h einem konfiguration geben gibt es keine weiteren sachen hier sieht man auch hier noch mal dass es keine konfigurationsmöglichkeiten gibt ja sagen das war eine ganz kleine mod vorstellung nur und ja dann ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020